Sich durch einen Wald zu kämpfen ist selbst unter idealen Bedingungen schon ziemlich ermüdend, aber unter diesen Bedingungen ist es geradezu unerträglich. Du kämpfst dich durch viele Meilen voll Rassilmesser scharf und gestrippt und ringst keuchend nach Atem, als du im Freien angelangt bist. Auf dem Hügel vor dir erhebt sich Krathorn. Endlich! Siehst du ihn? fragt Volker. Volker steht bewegungslos oben auf dem Hügel und beobachtet die Karawane. Jetzt weiß ich es, wie es sich für all diese armen Bastarde angefühlt hat, die uns haben kommen sehen. Es ist schwer zu wissen, was er jetzt denkt, sagt Olli. Erwartet er, dass wir tun, was er tun würde, oder er das Gegenteil? Oder erwartet er, dass wir von ihm erwarten, dass? Spar meldet sich zu Wort. Weißt du, was ich tun würde? Etwas zu essen kochen, schlafen, wetten, dass er damit nicht rechnen wird. Olli spottet. Du hast es doch nur satt zu laufen, alter Mann. Volker blinzelt. Spart vielleicht recht. Wir lassen es verdächtig genug aussehen, dass wir ihn runterwerfen. Alle ruhen sich vor Grathorn aus. Kein Ausguck, fragst du, als sie das Lagerfeuer vorbereiten. Volker schüttelt den Kopf. Deshalb sieht es wie ein Trick aus. Aber mach, was du bist. Ich werde dich nicht aufhalten. Dem Rest der Raben an und schlafe. Hört die Raben davon ab, die Lager aufzuschlagen. Du vertraust, Volker, und legst dich auf den harten Boden. Die Zeit vergeht nur langsam. Ein sanftes Knirschen erregt deine Aufmerksamkeit. Du fluchst lautlos und greifst nach deiner Axt, aber deine Hand findet nur Leere. Panisch springst du auf und deine Füße suchen mit deinem Blick im Boden ab. Keine Axt. Das Knirschen wird lauter und verwandelt sich in ein dumpfes Klopfen. Äste zittern und lassen kleine Schneebündel fallen. Wie ein Blutmund stürmt Brüller plötzlich in einer leuchtend roten Rüstung aus der Dunkelheit davor. Da ist deine vermisste Axt, die aus deinen blutenden Haufen, die aus einem blutenden Haufen in seinen Armen hervorsteht. Der Boden bebt von seinem Gebrüll. Schlecht geschlafen einfach? fragt Alfrun. Sie hockt über das Feuer gebeugt da. Ihre seltsame Form flattert im Licht der Flammen. Auf dem Zellplatz herrscht Stille, abgesehen von dem sanften Knistern des Brennholzes. Nur Träume. Manche Leute denken, dass Träume Omen sind. Diese Leute sind Idioten, aber sie sind eine nette Ablenkung von unseren Sorgen. Nicht meine Art der Ablenkung. Es tut mir leid, wenn ich beim Götterstein alte Geschichten ausgegraben habe, sozusagen. Das ist noch nicht alles. Möchtest du, dass ich weitererzähle? Ich denke, du solltest. Du hast bereits eine Hälfte gehört, weil die Valka während des Zweiten Großen Krieges mit Feuer und Zorn auf den Plan traten, um die Bildhauer auszurotten. Sie gestikuliert theatralisch. Davon habe ich gehört. Einsicht. Sie stellen sich selbst als Helden dar. Was die Valka wirklich taten, war den Wütern ein Versprechen zu geben. Gib den Krieg auf und sie werden ihre Geheimnisse mit dir teilen. Die Valka lehrten ihnen das Schreiben und sie lehrten den Steinsängern das Wirken von Magie. Und zum ersten Mal lernten die Bildhauer, wie sie noch mehr Bildhauer erschaffen konnten. Wie sie gedeihen konnten. Sie haben ihren Teil der Abmachung eingehalten und sind versteckt geblieben. Zumindest bis vor kurzem. Woher weißt du das? Sie haben ihre eigene Geschichte und feine Stützereien. Ich habe es auf großem schwarzen Stein in ihrem dunklen Zuhause gesehen. Als ihr geschätzter Gast. Was ich nicht verstehe, warum du diesen Valka vertraust. Du startst ins Feuer und es zeigt dir alte Formen. Wenn du sprichst, kommt es dir so vor, als würdest du mit dir selbst reden. Als ich Raze getötet hatte. Als ich mit ihrem Kopf zu den anderen zurückgekehrt bin. Ingvar. Ingvar haben sie gesungen. Niemand hatte zuvor ein Sunder getötet. Sie wollten mich zum Kendra des Königs machen. Ich konnte nicht. Sie verfolgten mich. Rilla und Raze und dieses verdammte Kind. Jede Nacht war es dasselbe. Vielleicht klingt es nicht so schlimm. Schlechte Träume zu haben, aber... Es reibt dich wund. Es geht bis auf die Knochen. Also habe ich die Wahl verlassen. Ich fand eine kleine Stadt mit Menschen, wo niemand wusste, wer ich war. Niemand hat mich Ingvar genannt. In Skogre hatte Ivar nie solche Träume. Deshalb hast du also zugestimmt, mit Juno und Avin zu kommen. Die Wahrheit ist, Juno hat mich nicht gebeten, mich ihnen anzuschließen. Ich habe sie gefragt. Die Flammen tanzen weiter hypnotisch. Auf dieser Brücke in Einertoft. Ich stand vor einem... Ich stand vor ihm. Brüller. Ich hätte mich bewegen können. Aber ich hielt einfach mein Schild hoch und wartete auf das Ende. Was ist das, Ivar? Der Name reißt sich aus deiner Trance heraus. Du stehst auf und vertrittst dir die Beine. Deine Axt ist dort, wo du sie zurückgelassen hast. Und die Raben beginnen, sich in ihren Zelten zu regen. Es ist nichts. Oh, kann ich nochmal vorher rasten? Erstmal meine Helden angucken. Ich glaube, ich muss jetzt gleich nochmal aufs Klo gehen. 1, 1. Ah, okay. Okay. Und als das schiefgegangen ist, habe ich genauso mit drin gehangen wie alle anderen. Bersi macht ein grimmiges Gesicht und stützt sich auf den Griff seiner Axt. Jun und Avent haben nach dir persönlich gefragt. Wir sollten das lieber nicht so aufbauschen. Nefron hat etwas Interessantes dazu gesagt. Sie hat gesagt, ihr hättet versucht, sie umzubringen, als sie in der Magier-Ausbildung war. Götter, wirklich? Ich habe so viele Magier nach dem Leben getrachtet. Das war jetzt vielleicht ein wenig blöd formuliert. Die Walker haben eine ziemlich strenge Abschlussprüfung für neue Kandidaten und dazu gehört ein bisschen Stecherei und Geschrei, damit die Magier ihre Arbeit später auch unter Stress und Schmerzen nachgehen können, weißt du? Also engagieren sie einen bedrohlich aussehenden Wal, mich, der den gemeinen Entführer spielen und sie ein bisschen aufmischen soll. Es kommen nicht alle wirklich wieder zurück. Ich muss immer noch an den einen Jungen denken. Sein Name ist mir entfallen. Sein Hinterwäldler Bauernjunge, nicht allzu helle. Ich war mir sicher, er hätte keine Chance. Er hätte es fast geschafft. Aber Alfrohn war auf jeden Fall eines dieser Kinder. Ich möchte das schon länger. Ich mache das schon länger, als ich dachte. Hoffe, dass sie nicht nachtragend ist. Bersi macht ein grimmiges Gesicht und stützt sich auf den Griff seiner Axt. Also arbeitest du selbstständig. Ich habe es mit diesem ganzen Unser Gebein, der Hügel-Stein-Zirkus nie so gehabt wie der Rest von euch. Was kümmern mich denn die Wüter oder der Tod in der Schlacht? Ich hätte lieber genug Geld, um zu tun und lassen zu können, was ich will. Bequem leben, gut essen. Es gibt eine Menge Leute, die es für eine tolle Idee halten, einen Wal als Mann fürs Grobe anzuheuern. Also dachte ich mir, dass ich das doch eine Weile machen könnte. Seitdem habe ich ein ganzes Leben gelebt und ich bin damit nie reich geworden. Ich bin immer nur der Arbeit hinterhergejagt, während andere den Nutzen hatten. Einmal war ich unterwegs mit einem Prinzen und einem Steuereintreiber. Ich dachte, das würde mein großer Zahltag. Die Menschen übergaben einfach ihr Geld, luden es auf einen riesigen Wagen, weil wir ihnen sagten, dass sie das tun müssen. Fragte Schraub. Schließlich stürzte der Wagen über eine Klippe und explodierte in einem Hagel von Goldmünzen, die auf Nimmerwiedersehen verschwanden. Ich habe noch keinem der Menschen, die ich nicht getötet habe, eine Träne nachgeweint. Aber da habe ich geheult wie ein verlassenes Vogelküken. Wie mich genau hier ist das passiert, da bin ich mir eigentlich recht sicher. Aber ich kann die Dunkelheit nicht verlassen. Es ist wahrscheinlich sowieso alles verdreht und schwarz wie Hundehaufen. Vielleicht gibt es ja eine Moral von der Geschichte, aber ich werde nicht danach suchen. Was hältst du von diesem Auftrag? Wenn du die Valka meinst, nur ein Dummkopf würde ihnen vertrauen. Eins kann ich dir sagen. Ich habe für sie schon ein paar ziemlich schräge Sachen gemacht. Und wenn du davon redest, die Welt zu retten, das ist mir vollkommen egal. Was hat die Welt je für mich getan? In letzter Zeit setze ich nur noch einen Fuß vor den anderen. Ich habe noch einen weiten, winzigen Funken Hoffnung, dass ich irgendwann davon profitieren könnte. Trämmlich trostloses Leben. Nichts mehr zu verlieren, außer Schlaf vielleicht. Chill sitzen und bis die anderen aufwachen. Du wärst den Rest deiner Gedanken für dich. Das Schweigen wäre peinlich, wenn ihr nicht bei der Wahl wärt. Dann wird es wohl Zeit aufzubrechen. Weißt du, Alva, man sieht, dass er damit ringt, sich etwas von der Seele zu reden. Als ich für die Valka arbeitete, bezahlten sie mich unter anderem dafür, dich zu finden. Du hattest dich versteckt und sie wollten wissen, wo. Darf ich fragen, warum? Eigentlich weiß ich gar nicht, warum. Ihr stellt ja auch keine Fragen. Aber ich habe dich nie gefunden. Hätte ich das, dann hätten wir vermutlich ein anderes Verhältnis gehabt. Also bin ich froh, dass ich um kleine Städte wie Skogre immer einen Bogen gemacht habe. Ja, sie geht mit einem Schutterklopfen und dir fällt auf, dass du ihm gegenüber Skogre nicht erwähnt hast. Ja, gut. So. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt mit allem gesprochen. Dann machen wir mal Leave. Mal gucken, ob jetzt Bolberg ist nah dran. Ich sehe den Turm gleich hinter diesem Kamm. Da oben ist Graton. Bedeutet, bedeutet, dass Bolberg ebenfalls nah dran ist. Bolberg wartet weiter voraus, sagt Juno und die Karabane wird langsamer. Er ist geduldig und hat gefährliche Verbündete. Ich glaube, er will uns davon abhalten, Graton zu betreten. Ich werde Bolberg weglocken, sagt Juno. Eivind starrt ausdruckslos in die Fahne, als wüsste er bereits, was kommen wird. Aber Juno fährt fort. Der Rest von euch wird im Inneren von Graton auf meine Rückkehr warten. Wir trennen uns nicht. Ich gehe mit dir. Wie wirst du mit Bolberg fertig werden? Er kann nicht kontrolliert werden. Doch wir können ihn in die Irre führen. Er weiß nicht, wohin wir unterwegs sind und wird glauben, dass er uns bis hinter Graton verfolgt, sagt Juno. Ich werde zurückkehren. So oder so. Volker dritt fort. Ich traue dir nicht und selbst wenn ich es täte, kannst du mit Bolberg nicht alleine fertig werden. Wir teilen die Karawane auf. Sie bietet freiwillig ihre Hilfe an. Wie auch die von Olli und Spar. Die anderen verzweifelten Blicke die anderen verzweifelten Blicke zubarfen. Volker fügt hinzu, ich nehme von niemandem Befehle entgegen. Erinnerst du dich? Junos Plan unterstützen. Ihr zwei seid echt unglaublich, schnallt Volker. Gut, Juno, aber wenn du dich mit dem Gedanken wenn du dich mit dem Gedanken tragen solltest, uns zu hintergehen, vergiss nicht, mit wem du Avin zurücklässt. Juno bricht vor der Karawane auf, bis ihr eigenes Licht über den Hügel verschwindet. Der Rest der Karawane nähert sich vorsichtig Graton. Avin trägt das Licht, frische Fußspuren führen und auch den Schnee und verschwinden in der Ferne. Junos Ablenkungsmanöver, der Weg scheint frei zu sein. Okay. Es wird hier wieder so, gefühlt so kalt. Wir haben jetzt da gewöhnt, man sich dran. Graton, das weckt alte Erinnerungen. Keine davon gut. Jetzt wird es schon wieder kühl. Also, ja. Wenn ich von hier oben runtergehe, sind wir ein paar Gradunterschied, müsst ihr wissen. Weil ich habe hier oben keine Heizung an. Ja, und draußen ist es halt auch etwas kühler. Avin flucht, als er die Trümmer um den Turm von Graton sieht. Die von der Schlange verursachten Erschütterungen haben dazu geführt, dass viele Gebäude umgekippt sind. Avin ruft, er sollte eine Tür geben, die gibt mir etwas Zeit. Dann rennt er auf den Fuß des Turms zu. Du kannst sehen, wie er seinen Walgarstab umherschwenkt und mit reiner Willenskraft gewaltige Steinsbrocken zur Seite schiebt. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen, schreibt Walgarth und lenkt seine Aufmerksamkeit wieder auf den Hof des Forts. Ballwerk ist nirgends zu sehen, aber seinem deformierten Verbündeten ist nichts entgangen, wie du über die Brücke geschlüpft bist. Ah, okay. Nice, ein Kampf. das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf.